Wir sind eine Familie, zwei Frauen, sieben Kinder, ausgewandert nach Portugal, leben da ganz idyllisch, mitten im Wald, als Selbstversorgerfamilie und ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Nein! Oh, das glaube ich jetzt nicht. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Boah, das macht mich gerade so wütend. Boah, ich muss das kaputt machen! Ich muss das kaputt machen! Ich muss das kaputt machen! Ja, wir reißen unseren alten Wohnwagen ab und zwar war das bisher das Spielzimmer von unseren Jungs. Der sah dann natürlich nicht so aus, sondern war mit anderen Hölzern und so weiter innen verschalt. Aber da der ziemlich versifft ist und einfach auch Löcher im Boden hatte und so weiter, haben wir uns entschlossen, den abzureißen und wollen da praktisch so eine Art wahrscheinlich ein Hexenhäuschen draufbauen. Hexenhäuschen deswegen, weil es krumm und schief sein darf, weil wir sind ja zwei Frauen, die einen Plan haben, beziehungsweise ein Projekt, aber keinen Plan. Also wir machen das wirklich immer Pi mal Auge oder einfach intuitiv, wie Frauen halt oftmals ticken. So bauen wir auch und wir haben die Hilfe von unseren vier Teenagern und machen das immer so als Familienprojekt, was echt Spaß macht, gemeinsam einfach solche Projekte anzugehen, wo es manchmal so aussieht, als ob man es nicht hinkriegt. Aber irgendwie finden wir immer irgendwie eine gemeinsame Lösung und kriegen es dann hin. Aus diesem ganzen Wohnwagen haben wir die Fenster ausgebaut und auch so Styropor-Sachen nutzen wir praktisch für andere Bauten, die wir jetzt aufbauen. Ein Fenster zum Beispiel ist in einem Hühnerhaus verbaut. Wenn dich das interessiert, abonniere einfach den Kanal, da wirst du die ganzen Filme sehen, auch wie wir das Haus draufbauen und wie wir einfach die Sachen recyceln. Teilweise muss man es in den Müll schmeißen, aber teilweise wird es eben auch zu einem Hochbeet umgebaut oder wie gesagt, in andere kleine Häuschen rein verbaut. Und ja, sei gespannt und abonniere einfach den Kanal, teile das Video, gebt mir ein Gefällt mir, wenn es dir gefällt. Und ja, unterstütze uns so, die Botschaft weiterzubringen, dass ein alternatives Leben Spaß macht und vor allem funktioniert. Das war's. Bis dann, Leline. Bis dann, Leline.